Hallo, heute wollen wir euch etwas Besonderes zeigen. Das hier sind Blauglockenbäume, die wollen wir die nächsten Wochen hier am Gelände bei uns einpflanzen. Die sind besonders schnell wachsende Bäume, die in Deutschland in der Regel um die 15 Meter groß werden. Die Blätter können bis zu 30 Zentimeter breit sogar werden. Also uns ist Klima, Nachhaltigkeit, solche Themen sehr wichtig. Nehmen wir unsere Baumpflanzaktion in Warendorf, wollen wir diese schönen Pflanzen demnächst einpflanzen und damit die Gegend auch schön grün ist. Wir versuchen immer wieder etwas für unsere Umwelt umzusetzen und wir sind mal gespannt, wie die Bäume sich hier entwickeln. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und jetzt zeigen wir euch unsere Wiese hier, die wir extra für die Insekten nicht abgemäht haben. Also jetzt in August blüht nichts mehr, aber im April, Mai, Juni war es wirklich bündel schön hier. Da hinten steht ein Silo, da wir unsere ganze Verwaltung hier mit Holz heizen. Und hier haben wir einen Blauglockenbaum, der schon über 1 Meter gewachsen ist. Direkt in der Sonne hier. Besonders in so einem Industriegebiet ist es wichtig, dass wir für Pflanzen und Bäume sorgen. Wir haben den Vorteil hier, dass wir sehr schön im Grünen liegen. Wir haben den Vorteil hier, dass wir sehr schön im Grünen liegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.